Der neue Aboservice auf oldenburgische-volkszeitung.de ist ganz einfach zu finden. Oben in der Menüleiste neben Nachrichten, E-Paper, die Redaktion, bekommt ihr unseren Aboservice auf einen Blick. Dort findet ihr unsere Aboprodukte, digital und print und weitere Services rund um euer Abo. Alles auf einen Blick, die gedruckte Zeitung im Abo, unsere digitalen Abo-Produkte und unsere weiteren Services rund ums Abo. Außerdem neu für euch, schnell und einfach Abo-Daten ändern, eure Adressänderungen eingeben, Kundenkonto ändern oder die neue E-Mail-Adresse eingeben. Hat es mal nicht geklappt in der Zustellung? Überhaupt gar kein Problem. Auch hier bekommt ihr schnell und einfach Kontakt zu unserem Aboservice, unserem Zustell-Service der OV. Mit wenigen Klicks und wenigen Eingaben ist eure Zustell-Reklamation sofort bei den richtigen Ansprechpartnern. Habt ihr weitere Fragen zu unseren Abo-Produkten oder zu unseren Services rund ums OV-Abo? Auch hier findet ihr alle Ansprechpartner auf einen Blick.